Herzlich Willkommen von den Karl-Darm-Handwerker-Tagen. Hier am schönen Chiemsee, draußen Schnee, bedeckte Berge und hier drin Full Business mit einer Hausmesse, die eine lange Tradition hat, über die uns hier die beiden Damen links und rechts von mir ein bisschen was erzählen werden. Frau Felicitas Heukmann und Carolin Heukmann-Wiesinger. Ja, was ist denn das Besondere an dieser Messe? Ja, unsere Handwerkertage sind jedes Jahr wieder und es übertrifft jedes Mal wieder unsere Erwartungen, dass wir so viel Zuspruch von unseren Kunden kriegen, von den Fliesenlegern kriegen und auch von den Mitausstellern, dass alle immer wieder gerne an den Chiemsee kommen und wirklich sich freuen, wenn es Ende April oder Anfang Mai wieder losgeht. Das heißt, die Einladung liegt im Briefkasten für die Handwerkertage. Die einreißigste Veranstaltung, glaube ich. Und inzwischen kommen schon die zweiten Generationen von den Handwerkern hier hin, oder? Es sind nicht nur die zweiten Generationen, sondern auch die dritten Generationen, die wir hier begrüßen dürfen. Ja, denn wir sind ein Familienbetrieb, mittlerweile in der dritten Generation und ganz dankbar, dass wir auch sehen, bei unseren Kunden geht es weiter. Und ich glaube, was diese Veranstaltung so besonders macht, ist auch so diese Mischung aus Theorie und Praxis. Es gibt ja Fachvorträge, aber die Handwerker dürfen auch hier vor Ort selber die Sachen in die Hand nehmen und ausprobieren. Naja, das ist ja das Wichtigste für uns. Wir haben unser Werkzeug, das bilden wir ab im Katalog, aber beim Werkzeug geht es darum, es anzufassen, es auszuprobieren und auf seine Funktionalität zu prüfen und dafür ist hier Raum und Platz. Nun denkt man ja, das sind vornehmlich Kunden jetzt hier aus dem bayerischen Raum, aber Sie haben ja vorhin erzählt, dem ist es gar nicht so. Also die Leute kommen wirklich auch von weiter her und die Kunden aus dem bayerischen Raum, die kommen zwar auch, aber die kommen ja während des ganzen Jahres. Also Sie haben wirklich Kunden, die dafür extra hier anreisen, auch mit Übernachtung. Ja, die Kunden, die hier aus Bayern kommen, die kommen unterjährig auch immer in unseren Fachmarkt und wenn sie auf der Baustelle ein Problem haben, kommen sie und meistens oder eigentlich immer finden wir eine Lösung und die Kunden, die jetzt hier zu den Handwerkertagen kommen und sich vorher anmelden, die sind wirklich aus ganz Deutschland. Ich glaube, ich habe auf der Karte jemanden gesehen, der oben von Flensburg kommt und wirklich aus ganz Deutschland und die nehmen wirklich weite Reisen auf sich, dass sie hier sein können. Geben Sie uns noch mal ein paar Zahlen, wie viele Aussteller sind hier, wie viele Besucher kommen und wie viele Quadratmeter ungefähr haben Sie hier als Ausstellungsfläche? Also das waren viele Fragen auf einmal. Wir haben unsere Partnerfirmen, das sind sechs Partnerfirmen, die seit Anbeginn dabei sind. Wir freuen uns dieses Jahr über mehr als 650 Anmeldungen. Da sind unsere Partnerfirmenmitarbeiter noch nicht eingerechnet, also wirklich viele, viele Gäste, die heute da sind. Und zu der Frage Quadratmeterzahl, ich kann es Ihnen gar nicht beantworten, weil das über die Jahre so gewachsen ist. Und das gesellige Beisannensein darf auch nicht fehlen. Heute Abend, Highlight, bayerischer Abend. Ja, da geht es um 18 Uhr bei uns los. Der Trachtenverein kommt vorbei und ich habe vorhin geschaut, der Caterer, der hat schon die ganzen Händel am Grill und ich denke, da gibt es für jeden ein knackiges Händel oder eine Reischen-Schweinsbraten. Sie haben ja schon das richtige Outfit an, also ich müsste mich da vielleicht noch mit Lederhose ausstatten. Tatsächlich gibt es ganz viele Kunden, die sich nach den letzten Handwerkertagen oder schon vor Jahren mal eine eigene Tracht gekauft haben und dann sagen, nächstes Jahr kommen wir, aber dann kommen wir endlich in Tracht. Und die sind so stolz, hier in ihrer eigenen Tracht dann auftreten zu können oder eben mit uns einen schönen Abend verbringen zu dürfen, dass das wirklich auch eine Ehre ist. Dass die sagen, das ist es mir wert, wenn ich an den Chiemsee komme, kaufe ich mir eine traditionelle Tracht. Ja, ich bin sehr gespannt. Für mich ist das das erste Mal, was heute Abend dann hier noch passiert. Ihnen erstmal Dankeschön. Wir sagen vielen Dank. Vielen Dank und auf einen schönen Abend. Ja, danke. Ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020